Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Montag, 22. April. Heute will die FDP einen Zwölf-Punkte-Plan beschließen, mit dem der Arbeitsmarkt gestärkt werden soll. So sollen Empfänger von sogenanntem Bürgergeld mit einer Kürzung der Sozialleistungen um 30 Prozent rechnen müssen, wenn sie zumutbare Arbeitsmöglichkeiten ablehnen. Die FDP lehnt eine Rente mit 63 Jahren ab. Die sei aufgrund des Fachkräftemangels nicht umsetzbar. Wer mit 72 Jahren noch arbeiten möchte, solle dies unter attraktiven Bedingungen auch tun können, so die FDP. So könnte der Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung nach Erreichen der Regelarbeitsgrenze gestrichen werden. Außerdem sollen die Beiträge für das sogenannte Erneuerbare-Energien-Gesetz abgeschafft werden. Windräder und Solaranlagen sollen nicht mehr staatlich gefördert werden, sondern endgültig in den Markt übernommen werden, wie es weiter in dem Papier heißt. Die SPD hat bei ihrem jüngsten Treffen auf der Nordseeinsel Norderney bekräftigt, allen Akteuren entgegenzutreten, die ihr Süppchen kochen und dieses wirtschaftlich starke Land herunterreden, so heißt es. Heftige Kritik übte SPD-Chef Klingbeil an dem Papier der FDP. Das Papier sei ein Irrtum und ein Angriff auf die wahren Leistungsträger im Land. Wenn die FDP glaube, dass es der Wirtschaft besser gehe, wenn es Handwerkern, Krankenschwestern oder Erzieherinnen schlechter gehe, dann irre sie gewaltig, so Klingbeil gegenüber Bild. Es sei richtig, dass etwas getan werden müsse, um die Wirtschaft anzukurbeln, Arbeitsplätze im Land zu sichern und neue zu schaffen. Beide Parteien erklären jedoch nicht, warum es einen Fachkräftemangel geben kann, wenn doch bereits Millionen Zugewanderte das Land bereichern. Die erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, fordert massive Staatssubventionen für Energie, um die sogenannte Transformation sicherzustellen. Andernfalls drohten eine verheerende Deindustrialisierung, weitere gesellschaftliche Spaltung und eine zunehmende Radikalisierung politischer Debatten. Die Metall- und Elektroindustrie sei das Herz der Wirtschaft, heißt es in einem Brandbrief von den Metallarbeitgebern Gesamtmetall und der IG Metall. Doch der Industriestandort Deutschland sei in Gefahr. Deutschland benötige beherzte Investitionen, sagte Benner in einem Fernsehinterview, ohne allerdings zu sagen, wer die tätigen soll. Die IG Metall jedenfalls habe sich massiv dafür eingesetzt, so Benner, dass es beispielsweise eine Umstellung geben kann, auch in der Stahlindustrie auf sogenannten Klimaneutralen, auf grünen Stahl. Es habe Investitionen gegeben, auch von der Bundesregierung für die gesamte Wasserstoffinfrastruktur. Wenn jetzt aber keine Investitionen und keine Förderung bei den Energiekosten kämen, so Benner weiter, dann würden deutsche Stahlunternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können. Und wörtlich, und wir möchten es nicht zulassen, dass diese Unternehmen irgendwelche Argumente haben, hier aus Deutschland Arbeitsplätze zu verlagern, ins Ausland oder Werke zuzumachen. Dies gehe, so Benner, auf den Wohlstand. Und dies gehe gegen Beschäftigung und das laufe auch gegen die Demokratie in diesem Land. Wir müssten dringend umsteuern, so Benner. Der Plan der IG Metall also, Stahlproduktion in Deutschland nur noch mit staatlicher Förderung, sonst sei er nicht mehr wettbewerbsfähig. Benner hat vergessen, der Energiewende zu danken. Der bayerische Wirtschaftsminister und Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, will in die Bundespolitik wechseln. Er könne sich vorstellen, irgendwann Nachfolger von Robert Habeck als Bundeswirtschaftsminister zu werden, so Aiwanger. Er verwies darauf, dass er schon bei der letzten Wahl Spitzenkandidat seiner Partei war und 2,4 Prozent und in Bayern 7 Prozent für die Bundestagswahl geholt hatte. Wenn überall so gewählt worden wäre wie in Bayern, so Aiwanger, säßen die Freien Wähler längst in Berlin. Er sei davon überzeugt, dass die Freien Wähler ein riesiges Potenzial nach oben hin hätten. Es würde eine liberale, wertkonservative Kraft gebraucht, die eine FDP heute nicht mehr abbilde. Er würde von einer Kraftwerksstrategie bis hin zu einer besseren Politik für Biogasanlagen und erneuerbare Energien bis hin zu einer vernünftigen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft umsetzen. Im vergangenen Jahr haben von 751 ausreisepflichtigen Asylbewerbern im Kreis Rendsburg-Eckernförde lediglich 48 das Land verlassen. Im vergangenen Jahr leitete der Kreis 30 Verfahren ein, von denen nur 11 abgeschlossen wurden. Wie die Kieler Nachrichten weiterberichteten, randalierte ein Abschiebekandidat derart im Flugzeug, dass seine Abschiebung mehrfach scheiterte. Der Pilot weigerte sich zu starten. Dies kostete den Kreis insgesamt 15.000 Euro. Für die Bearbeitung der 30 Fälle seien rund 500 Arbeitsstunden im Kreishaus zusammengekommen. Die Planung und Umsetzung von Rückführungsmaßnahmen Binde, so zitieren die Kühler Nachrichten aus einem Bericht der zuständigen Behörde, in einem erheblichen Umfang auch personelle und zeitliche Ressourcen. Nicht nur bei der Kreisverwaltung, sondern ebenfalls bei den Landes- und Vollzugsbehörden. In Bensheim im Kreis Bergstraße wurden in einer Unterkunft für Geflüchtete ein schwerverletzter 38-jähriger Mann mit Stichwunden gefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, versuchten Rettungskräfte den Mann wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Er verstarb noch an Ort und Stelle. Ein 35 Jahre alter Mitbewohner wurde in der Asylunterkunft festgenommen. Er sei dringend tatverdichtig, heißt es. Über die Herkunft der beiden schweigen die Behörden, aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen, wie es weiter heißt. Die SPD verliert weiter. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA für Bild am Sonntag erhebt, kommt die Kanzlerpartei in dieser Woche auf 15 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Insgesamt kommen die aktuell regierenden Ampelparteien in der INSA-Umfrage nur auf 33 Prozent. Die Grünen stagnieren bei 13 Prozent, die FDP bewegt sich um die 5 Prozent und muss eine Woche vor ihrem Parteitag um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Die AfD liegt stabil bei 18 Prozent. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, verbessert sich um einen Prozentpunkt und kommt in dieser Woche auf 7 Prozent. Stärkste Kraft bleibt mit großem Abstand die Union, die in dieser Woche unverändert auf 30 Prozent kommt. Die Linke kann einen Punkt zulegen, liegt mit 4 Prozent aber weiterhin unter der 5-Prozent-Marke. Die sonstigen Parteien könnten 8 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Laut INSA-Chef Binkert gegenüber Bild würden Schwarz-Rot mit 45 Prozent und eine Jamaika-Koalition mit zusammen 48 Prozent politisch und rechnerisch möglich bleiben. US-Elektroautohersteller Tesla hat erneut die Preise für seine Produkte gesenkt. In Deutschland wurde der Preis für das Modell 3 um 2.000 Euro auf 40.990 Euro abgesenkt. Weltweit schwächelt der Markt für Elektroautos. Tesla will mehr als 10 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Auch Mercedes hat im vergangenen Jahr mindestens 170.000 Elektroautos weniger verkauft als intern geplant. Und im ersten Quartal dieses Jahres sind die Verkaufszahlen sogar um 9 Prozent gesunken. Mittlerweile wissen nicht mehr nur Autohersteller und Händler, wohin mit den fertig produzierten Elektroautos. Es werden die Lagerplätze knapp. Denn seitdem der Kauf von Elektroautos nicht mehr gefördert wird, will sie kaum noch jemand haben. Wie das Kraftfahrtbundesamt bekannt gab, sind Neuzulassungen von Elektroautos im März wieder deutlich zurückgegangen. Sie sanken um fast 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wie der Betreiber der Seehafen-Terminals BLG Logistics gegenüber der Berliner Zeitung erklärte, hätten sich die Standzeiten der Elektroautos aller Hersteller verlängert. Das Hafengelände werde vermehrt als Lagerstätte genutzt, wie ein Vertreter berichtete. Alle großen Carports würden ähnliche Staus von Elektroautos erleben. Zusätzlich kommen jetzt noch aus China von Elektroautohersteller BYD große Autotransportschiffe mit neuen Elektroautos für den europäischen Markt an. In Hannover hat Kanzler Scholz gestern die Hannover Messe eröffnet. Schneller und einfacher müsse Deutschland werden, hat er zur Eröffnung der weltgrößten Industrieausstellung gesagt. Bezahlbare Energie und mehr Innovationen seien die zentralen Voraussetzungen, um Produktivität und Wachstum zu stärken, hat er auch noch hinzugefügt. Mehr als 500 Aussteller gehören allein in den Bereich der Wasserstoff-Utopie. Dort gibt es im Augenblick Steuergelder in Hülle und Fülle. Heute beginnt in Paris, knapp acht Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag von Nizza mit 86 Toten, der Berufungsprozess gegen zwei mutmaßliche Unterstützer des Täters. Die beiden Männer waren im Dezember 2022 zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Sie sollen den Attentäter moralisch und materiell unterstützt haben. Bei dem Anschlag hatte der Tunesier Mohamed Boulail auf einer Uferpromenade der Stadt an der Côte d'Azur mit einem Lastwagen 86 Menschen getötet, unter ihnen auch zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin. Die Polizei erschoss den Attentäter. Der Berufungsprozess soll bis zum 14. Juni dauern. Falls Sie es noch nicht wissen, Tichys Einblick wird genau zehn Jahre alt. Was ganz klein begann, ist heute zur größten Nachrichten- und Meinungsplattform jenseits von ARD, ZDF und all den anderen angewachsen. 2016 erschien zusätzlich Tichys Einblick erstmals als Monatszeitschrift an den Kiosken. Und heute beginnt der Morgen mit dem Tichys Einblick-Wecker. Mit dem Einblick am Morgen informieren wir Sie auf der Webseite über die Tagesordnung. Am Abend fasst dann der Tichys Einblick-Newsletter täglich per Mail den Tag zusammen. Diese alles muss gefeiert werden, am 15. Juni in Halle an der Saale. Dort werden Autoren, Redakteure und Freunde von Tichys Einblick anwesend sein. Feiern Sie mit. Tickets können Sie auf der Webseite tichyseinblick.de erwerben. Wir freuen uns auf Sie. Der Winter ist noch nicht vorbei. Erhebliche Schneefälle gab es vielerorts am vergangenen Wochenende. Teilweise fielen bis zu 16 Zentimeter Schnee im Vogtland oder im Allgäu. Es bleibt weiterhin kalt, denn aus dem Norden kommen noch weiterhin richtig kalte polare Luftmassen heran. Es wird heute wechselnd bis stark bewölkt. Teilweise kann die Sonne etwas durchdringen. Im Süden noch einige Niederschläge, in den Alpen teilweise noch als Schnee. Nachts können die Temperaturen noch einmal unter die Frostgrenze sinken. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber von 8 bis 10 Grad. Es bleibt noch ein paar Tage ziemlich kühl. Erst zum kommenden Wochenende zeichnet sich eine Wetteränderung ab. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 57 Gigawatt. Die 30.000 Windräder lieferten gerade einmal 14 Gigawatt um 12 Uhr. Und knapp 16 Gigawatt kamen von den Photovoltaikanlagen um 12 Uhr. Allerdings nur bis 20 Uhr, denn keine Sonne, kein Strom. Ebenso sackte die Leistung der Windräder um 20 Uhr auf 12 Gigawatt ab. Die restlichen konventionellen Kraftwerke konnten um 20 Uhr auf die Leistung von 23 Gigawatt hochgefahren werden. Und gut, dass die Nachbarländer wieder Strom liefern konnten. Fast 8 Gigawatt um 20 Uhr zu einem Preis von 95 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Das ist das mode kurz einfache. mm Sprecher Vielen Dank.